Familie Corona und die Affen Eine Geschichte von Nina Noh Es war Frühling, Frau und Herr Corona machten sich auf den Weg, um die Welt zu erobern. Die Familie sollte wachsen. Sie kamen recht bald zu einem Wirt. Das war ein Affe, ein recht schmutziger sogar, denn das mochten Coronas besonders gern. Den besten Platz zum Brüten fanden sie in seiner Schleimhaut. Sie begannen sofort, sich fortzupflanzen. Bald schon wurde es eng auf dem Körper. Ein zweiter Affe musste her und dann ein dritter, ein vierter und so weiter. Im Affenzahn waren es mehr als tausend. Immer neue Exemplare zu finden war leicht. Viele Affen wuschen sich selten oder nicht richtig. Besonders viel Spaß hatten die Coronas in den Supermärkten. Dort drängelten sich blöde Affen vor den Regalen mit Klopapier und sie kämpften darum. Warum? fragt ihr. Das weiß niemand so genau. Den Coronas war es egal. Sie nutzten die Gelegenheit und sprangen von einem zum anderen Affen über. Eine alte, kluge Affendame bat die Affen. Bleibt zu Hause, die Coronas breiten sich aus. Doch die dummen Affen hörten nicht. Sie machten immer weiter, so lange, bis es kein Klopapier, aber dafür ganz, ganz viele Coronas gab. Viele Affen wurden durch die Coronas krank und einige starben sogar. Ihr hört jetzt auf, euch zu treffen und bleibt zu Hause, befahl die kluge alte Affendame. Als die blöden Affen wieder nicht hörten, verhängte die Affendame eine Ausgangssperre. Erst als niemand mehr aus dem Haus durfte und die Coronas nicht mehr von einem zum anderen Affen hüpfen konnten, da wurde es besser. Die Affen überlebten die Corona-Pandemie und einige hatten sogar aus ihr gelernt. Und die Moral von der Geschichte? Blöde Affen hören nicht. Hamsterkäufe lohnen nicht. tres